jetzt geht es weiter im zweiten Teil jetzt können wir auf Link mit dem PokéWalka gehen ja wir kommen bla 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 PokéWalka sie leg ich mal so hin haben wir ja vorhin schon gehört hier kannst du den Barberblatt PC-Box-Hinty dann nimm dein Pokémon mit auf deinem PokéWalka speichern und loswandern PockenWalka aus deiner Box Ich hab zwar nur eins aber ist egal Ok Bette wähle eine rote blauschiger Wald champagne ein Satz ist Sattgrünen Viese Es sattgrüne Wiese gemacht für einen Auszug hier befindest du allerlei Pokémon blauschiger Wald ein großer naturbelassener Wald unter dem hohen Wipfel Hauswipfeln hausen viele Pokémon wir gehen auf die satte grüne Wiese wollte ich mal an das durfte der satte grüne Wiese wandern bereite Übertragung zwischen Nintendo DS-System und Poké Walker keine Ahnung wie das Ding jetzt angeht so und jetzt drücke den Knopf und warte fünf Sekunden lang auch so und man das hat neu geklappt drücke den Kopf und warte fünf Sekunden lang so jetzt muss das hier an die DS-Karte gehalten okay man muss so lange drücken und jetzt das und vielleicht hat der Ton jetzt gehört und es geht das geschäftigt und jetzt habe ich ein Punkt und drauf Vollriegel Prozent wir haben heute einen einen in den ich will auch mit Nein Kuhl 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 und wo auch diese das dort ein ausgeführt und wieder auf die der Bekommel das viel Spaß auf einem auch im Ausblick. So, jetzt kann man das ausmachen. Und jetzt habe ich Feurigel hier. Ja, da habe ich jetzt Feurigel. Da sieht man es besser, wenn ich so mache. Ja, da sieht man Feurigel wie ein Tamagotchi. Jetzt könnte ich das überall mit dem nehmen. Ach, das sieht man nicht so gut. Und das Licht an dem Stern. Und wer jetzt lacht einer nur, weil jemand die DVD sieht. Oder das Video. Das ist ein ganz altes Video. Ur-alt. Na ja, das war halt auch wieder nicht. Okay. So, jetzt und da steht Pokoradar, Intimradar, Verbindungen, Infos, Liste, Einstellungen. Okay, vergiss dich. Und hier unten sieht man anscheinend das Level. Da steht nur 5, weil... oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir jetzt auf der grünen Visum. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung, was jetzt machen. Infos. Und da stehen die Infos. So, da steht so ein... Das und Schild. Von Menschen drauf. Tschet Jenny. Sattes Grün. Zeit 1345 und 747. 48 Sekunden. Aha. Ach so, okay. Okay. Hier sehen wir es. Schön. Super. Das spiegelt auch schön. Hier gleich meine Kamera. Schön. Finde ich jedenfalls.